Drei Learnings aus dem Buch Power, die 48 Gesetze der Macht von Robert Greedy. Das Ziel zu erreichen ist immer das Entscheidende. Deshalb ist es wichtig, dass du deinen Weg dorthin genau planst. Berücksichtige alle möglichen Folgen, Hindernisse und Schicksalsschläge, die deine harte Arbeit zunichte machen könnten. Wenn du alles bis zum Schluss planst, kannst du nicht von Zufällen aus der Bahn geworfen werden und du bestimmst deine Zukunft, indem du einfach vorausdenkst. Versuche niemals Menschen mit vielen Worten zu beeindrucken. Je mehr du redest, desto durchschnittlicher und machtloser wirkst du und je mehr du redest, desto eher wird dir vielleicht auch mal deine Dummheit herausrutschen. Akzeptiere niemals die Rolle, die die Gesellschaft dir aufzwängt. Erschaffe dich neu, indem du dir eine Identität aufbaust, die Aufmerksamkeit erregt und die das Publikum nie langweilt. Bestimme du dein Image selbst, statt es andere definieren zu lassen. Das waren drei Lektionen aus dem Buch Power von Robert Greene. Bel Centrure Du bist der İstanbul